Hallo zusammen! Heute werde ich euch in 80 Sekunden eine geniale Lösung vorstellen, die für kristallklares Wasser in euren Meerwasser-Aquarien sorgt. Es geht um die Reef Factory Smart Roller Filter in den Größen S, M und L. Die Größe S ist ein kompakter, effizienter Filter, der speziell für kleine Meerwasser-Aquarien entwickelt wurde. Er funktioniert hervorragend in Sams, sogar in engen Kammern und unterstützt einen Wasserdurchfluss von bis zu 5000 Litern. Die Größe M ist ein moderner Filter, der für mittlere Aquarien entworfen wurde, ideal für Becken mit einem Volumen von 300 bis 1000 Litern. Er funktioniert hervorragend bei einem Durchfluss von bis zu 11.000 Litern pro Stunde. Und die größte Größe L ist ein großer, sehr effizienter Filter für größere Aquarien. Er funktioniert hervorragend bei einem Durchfluss von bis zu 15.000 Litern pro Stunde. Ideal für Becken über 800 Liter. Der Smart Roller zeichnet sich durch seine kompakte Bauweise aus. Daher nimmt er wenig Platz ein. Warum sollte man den Smart Roller kaufen? Kristallklares Wasser entfernt Detritus, sorgt für ideale Bedingungen für die Bewohner des Aquariums. Einfache Bedienung, der Rollenwechsel ist einfach. Und die Smart Reef App informiert, wann dies notwendig ist. Hohe Effizienz, die Rolle hält sogar etwa zwei Monate. Sicherheit durch Benachrichtigungen über die Notwendigkeit eines Rollenwechsels und das, was ich am meisten mag, Smart Funktion, Verwaltung über die App, Benachrichtigungen über den Verbrauch, Notwendigkeit des Rollenwechsels. Der Reef Factory Smart Roller ist die ideale Lösung für jedes Aquarium. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.